Ein BMW M1000 Doppel-R. BMW bringt ein Flaggschiff in Form eines Motorrads für das Jahr 2021 und es geht hier nicht nur unbedingt um die Superbike-WM, damit sie da besser wettbewerbsfähig sind, sondern manche Sachen betreffen auch uns als Hobbyfahrer, Straßenfahrer, Straßenfahrer vielleicht weniger, aber Hobbyfahrer für die Rennstrecke. Absolut, ich bin echt angetan. Wenn man das Bild der neuen M1000 Doppel-R sieht, würde man meinen, so viel haben sie jetzt auf den ersten Blick gar nicht verändert, bis auf die Wings, auf die komme ich später noch. Aber wenn man dann den genauen Text liest, was BMW hier veröffentlicht hat, ist hier gewaltig was passiert. Es ist abartig, was hier an Technik verändert worden ist. BMW hat ein Bike genommen, was schon per se gut war. Ich habe schon einen Bericht dazu gemacht, ich habe das Bike sehr gelobt, bis auf eine Sache und das war das Fahrwerk. Und jetzt haben sie ein Bike gemacht, das wohl deutlich verbessert wurde und nicht nur im Bereich Fahrwerk. Fangen wir mal mit dem Motor an. Ich meine, Leistung hat sie für uns sowieso schon viel genug gehabt und die haben jetzt nochmal 5,5 PS drauf gepackt. Das ist für uns vielleicht nicht so wichtig, ist nice to have, ist mal schön zu haben, so viel PS zu haben, aber wir hätten es nicht unbedingt gebraucht. Das ist für die Superbike WM wichtig, damit sie da anders homologiert sind, anders aufgestellt sind und andere Möglichkeiten nach oben hinaus haben. Weil natürlich da Hersteller wie Ducati einfach dementsprechend mehr Bums nochmal oben drauf haben und da müssen sie was machen. Was aber interessant ist, was sie am Motor, auch am Serienmotor gemacht haben und das ist ja Wahnsinn. Also es sind Titanpleil von Pankl. Also das ist schon mal, das ist Oberliga. Titanventile auslassseitig mit anderen Ventilfedern, leichtere Abgasanlage um, ich glaube, irgendwas um 3, 3,5 Kilo, leichtere Abgasanlage. Also da ist motortechnisch schon was passiert. Wir haben 500 Umdrehungen mehr und auch eben im oberen Drehzahlbereich die Mehrleistung. Und die Pleuels sind zudem auch nicht nur Titan, sondern sogar auch noch länger. Also haben sie auch den Hub ein bisschen verändert und vom Motor auch die Verdichtung verändert. Also da ist nochmal ordentlich was passiert, um diese Leistung rauszuholen. Und trotzdem für den Standardfahrer ein Serviceintervall von 10.000 Kilometern. Also die normalen Intervalle, die bleiben mehr oder weniger vorhanden. Und das ist natürlich schon, wo man sich fragt, ob das gut geht, ob das nicht ausgeht, ist natürlich fraglich. Diese Leistung, aber BMW wird es schon wissen. Von dem her, wow. Also Motor ist schon mal für uns nice to have. Interessant aber, dass sie das tatsächlich auch für den, für das Serienbike so mit diesen Edelteilen quasi ausstatten. Das ist meiner Meinung nach schon Hammer. Im Bereich Motor ist auch noch sehr interessant, dass sie die Ansaugtrichter verkürzt haben. Das verändert auch so ein bisschen das Drehmomentleistungsverhalten. Also das haben sie wohl auf das höhere Verdichtungsverhältnis und auch auf den anderen Hub angepasst. Auf jeden Fall so eine Kleinigkeit, die man gerne überliest, aber doch sehr interessant ist, dass das gemacht wurde. So kommen wir mal ein bisschen zur Ergonomie, zur Optik, zur Aerodynamik. Was BMW ja schon immer gut gemacht hat, was sie wirklich sehr gut im Griff hatten, war die, ich sage mal nicht Geometrie, sondern die Ergonomie am Bike, sitzend, also wie man sich da drauf wohlfühlt. Das ist meiner Meinung nach ein Hersteller, der das wirklich sehr gut im Griff hat. Thema Fußrasten, Position, Sitzposition, Knieschlusstank, Form und so, das ist wirklich, das hat BMW im Griff. Das haben sie auch nicht geändert, Gott sei Dank, weil das ist eigentlich das, was das Bike am allerbesten kann, meiner Meinung nach. Und auch im Verhältnis zu den anderen Bikes sticht die BMW da schon immer sehr raus. Also ab dem aktuellen Modell quasi eigentlich. Das ist wirklich sehr gut gemacht, das sind die Ingenieure von BMW anscheinend. Liegt vielleicht aber auch ein bisschen daran, dass es ein deutsches Bike ist und dass halt da viele deutsche Ingenieure drauf sitzen, die halt von lange Beine und so weiter, so typisch mitteleuropäische Körperform. Ist natürlich ein Unterschied, als wenn du einen Japaner kaufst. Das ist einfach so und da spiegelt sich das auch wieder und da sieht man, dass es halt aus bayerischer Hand ein bisschen kommt. Das hat mir schon immer sehr gefallen, haben sie auch nicht geändert. Was sie an der, ich sage mal, das gehört ein bisschen auch zur Ergonomie dazu, aber auch ein bisschen zur Aerodynamik. Das ist, sie haben die Kanzel vorne ein bisschen höher gemacht und das trifft super. Das ist wirklich, das tut ihr richtig gut. Das habe ich bei der BMW auch so. Naja, man hat so das Gefühl, man kann da nicht richtig runterschlupfen unter die Kanzel von der jetzigen. Und das war schon, naja, es war nicht so irre extrem störend, aber es ist schon angenehmer, wenn das ein bisschen höher ist. Und das, in erster Linie würde man jetzt zwar sagen, okay, das ist ja quasi gegen ein Rehmotorrad, aber nee, ist nicht so. Wenn du die MotoGP-Bikes, die Superbikes anschaust, dann siehst du, dass die alle ganz hohe Kanzeln haben, weil das einfach viel Komfort für den Fahrer ist. Und der Komfort an der Stelle mehr bringt, als der wenigste Windwiderstand, obwohl der Windwiderstand sogar noch weniger eigentlich wird, weil die Verwirbelungen weniger werden. Weil der Fahrer nicht so mit seinem Kopf und mit seinem Rücken im Wind steht, sondern die Kanzel alleine im Wind ist. Und das ist auch quasi mehrere Fliegen mit einer Klatsche zusammen. So, dann haben sie natürlich jetzt auch die Winglets. Und man merkt schon, dass die Winglets quasi eigentlich nicht nur eine optische Sache sind, sondern sie mussten die Winglets verbauen, um wettbewerbsfähig in der Superbike-WM zu sein. Wenn man es da schaut, da kommen eigentlich alle mit Winglets, bis auf Cava. Cava kam das immer noch ohne, wer weiß aber, was 2021 bei Cava kommt, da habe ich auch schon was andeuten sehen. Aber diese Winglets, die sind wirklich mittlerweile in diesem Niveau, wo die fahren, unverzichtbar. Weil die einfach mit höheren Geschwindigkeiten weniger Wheelneigung haben und somit mehr Leistung fahren können. Und das ist einem schon enorm, was so Winglets bringen. Ich habe auch den Superleggera-Test bei Ducati gemacht. Das ist schon abartig, was du da im Endeffekt auch die Geometrie wiederum anpassen kannst, wenn du solche aerodynamischen Vorteile hast. Und das schlägt schon auch mehrere Fliegen mit einer Klatsche. Und deswegen muss es was sein. Ich weiß, viele von euch sagen, das schaut so aus und passt nicht für ein Straßenbike. BMW hat es eh ein bisschen dezenter gemacht. Ich glaube, die haben auch nicht so viel Anpressdruck wie die Ducati zum Beispiel, die Superleggera. Wäre auch schlimm, wenn die kleinen U-Wings quasi mehr Anpressdruck hätten als die Formel 1-Spoiler von der Superleggera. Von dem her, aber trotzdem, das wird der richtige Weg sein. Was ich der bisherigen S1-S1000-Doppler ein bisschen angekreidet habe, war das Fahrwerk. Und da haben sich viele angegriffen gefühlt von mir und ich will nicht sagen, dass das Fahrwerk schlecht ist. Und ich will auch nicht sagen, dass die Geometrie schlecht war. Die Geometrie war super, meiner Meinung nach. Was ich bei dem alten Fahrwerk nicht so toll fand, war das Ansprechverhalten, das Losbrechmoment. Und das hat auch nichts damit zu tun, ob ich Landstraße oder Rennstrecke fahre. Ich denke, dass das Losbrechmoment auf der Landstraße noch viel wichtiger ist, weil ich gar nicht erst in Bereiche komme, wo das Fahrwerk so stark arbeiten muss. Und deswegen brauche ich ein softes Losbrechmoment, das sehr angenehm anspricht. Und das hat sie nicht gemacht. Aber bei der M1000-Doppler haben sie komischerweise die Fahrwerke überarbeitet. Es steht nicht genau drin, was sie in der Gabel gemacht haben, Dämpfungskennlinien etc. Aber sie werden was gemacht haben, weil die Meinung hatte ja nicht nur ich von der bisherigen, dass die Dämpfung nicht so soft oder nicht so schön angesprochen hat, wie jetzt zum Beispiel von einem Öl ins Fahrwerk. Es muss ja nicht im Öl ins sein, aber es ist ein dummer Vergleich. Oder vom guten Close Cartridge oder was auch immer. Also das Ansprechverhalten war einfach nicht so toll, wie ich schon mal gefahren habe, auch von Serienmotorrädern. Und ich denke, dass sie da ein bisschen angearbeitet haben, haben aber auch zusätzlich die Geometrie ziemlich abgeändert. Also der Radstand ist ein bisschen länger geworden. Dann haben sie den Nachlauf an der Gabel verändert und so. Der Nachlauf ist mehr geworden. Da haben sie das Offset verstellt. Also da ist einiges passiert, was ihnen in der Superbike WM wahrscheinlich notwendig erscheint, um competitive, also wettbewerbsfähig zu sein. Aber es sollte wohl auch, zumindest laut BMW, für den Hobbyfahrer auch zugutekommen. Ich meine, das können wir erst beurteilen, wenn wir sie gefahren haben. Ich hoffe, das kommt bald soweit. Also da bin ich am allermeisten gespannt, was sie fahrwerkstechnisch da geschafft haben, hingestellt haben, wie das im Vergleich zum Vorherein. Das wird am allerinteressantesten. Für mich persönlich, für meinen Intensismus ist das das Interessanteste überhaupt. Was haben sie da verändert? Wie fühlt sich das jetzt an? Wie fährt das? Dann haben sie natürlich auch noch so jetzt die M-Bremssättel. Die Bremse habe ich jetzt bisher nicht so schlecht gefunden. Da gibt es Hersteller, die haben, ich nenne es keinen Namen, die haben serienmäßig schlechtere Bremsen als die BMW. Also ich habe die am Repullring getestet. Repullring ist eigentlich so die Strecke, wenn es ums Bremsen geht. Von dem her, die hat da eigentlich ganz gut Stand gehalten. War okay. Gibt bessere, aber es war jetzt nicht so tragisch. Und da denke ich, okay, da haben sie jetzt nochmal nachgelegt mit einer anderen Bremse. Das ganze Bike ist auch ein bisschen leichter geworden im Gesamten. Ich glaube 192 Kilo hat sie jetzt, weil der Auspuff leichter ist, weil der Motor ein bisschen leichter ist, weil sie überall ein bisschen gespart haben nochmal. Natürlich könnten wir jetzt alles Mögliche durchgehen. Auch Dinge, die schon vorhanden waren, na klar, werden sie mit Carbonrädern ausgeliefert und so. Das ist ja mittlerweile schon fast Standard, wenn man das Bike anschaut. Das kostet irgendwas um die 32.000 Euro, was ich so gelesen habe. Ob inwiefern das dann der letztendliche Preis ist, weiß ich nicht genau, aber sowas Pi mal Daumen. Das ist schon ein ordentlicher Preis. Allerdings, wenn man jetzt einen Vergleich mit, ich vergleiche das Bike jetzt mit einer Ducati V4S. Oder eigentlich schon fast mit einer V4R. Also das ist so, das muss man eigentlich schon fast vergleichen. Und dann ist sie im Preisniveau da drin. Und wenn man bedenkt, was sie jetzt da gemacht haben, auch motortechnisch, das kostet richtig Geld, was da drin steckt, ist das schon ein interessanter Preis, sage ich jetzt mal, für das, was man hier kriegt. Wenn das denn so funktioniert, wie es angeschrieben wird. Also das heißt, wenn ich jetzt als Hobby-Rennstreckenpilot, als zügiger Hobby-Rennstreckenpilot, dieses Bike einfach aus der Schachtel nehmen muss, tue eine Rennverkleidung rauf und baue den Nummernschildhalter ab und bin richtig schnell damit, dann ist das das wert. Definitiv, das ist keine Frage. Das ist nur die Frage, ob das der Fall ist. Das würde mich interessieren. Wie gesagt, wenn es so ist, wie die das schreiben, dann wird das so der Fall sein. Und dann haben wir ein Serienmotorrad, das absolut konkurrenzfähig ist, richtig, richtig schnell damit fahren zu können. Und dann müssen die anderen Hersteller erst einmal nachkommen. Also das ist schon, da gibt es noch die Honda, die interessant ist von den Daten her, aber da muss ich ja schon wieder was schrauben, damit ich auf der Rennstrecke wettbewerbsfähig bin. Und das ist die Übersetzung, was hier nicht so einfach ist bei der Honda. Brauchst du einen riesen Hackmack. Und wenn die BMW so ist, wie beschrieben, dann nimmst du die aus der Schachtel, du slickst drauf und geht los. Das wird interessant. Also ich wünsche es mir, weil so aus Bayer, die BMW, mal so eine richtige Benchmark setzen, wäre richtig, richtig cool. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, sobald ich das Bike das allererste Mal fahren darf, werde ich natürlich darüber berichten. Das waren so die Highlights, was das Bike neu hat, was verändert worden ist. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr von dem Bike haltet. Ob ihr der gleichen Meinung seid wie ich oder auch gerne anderer Meinung, Kritik, alles erwünscht. Gebt mir gerne einen Daumen hoch für das Video. Abonniert auch gerne den Kanal für den zukünftigen Test der BMW M1000 Double Air. Ich bin gespannt, wie im Pfeilbogen. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin und ciao. Bis dahin und ciao.